Oh Gott, ich fäng hier fest. Aufsides? Ich glaub, Otto ist weg. Scheiß auf euch. Er hat zwei Meter. Oh mein Gott. Was geht denn mit ihm? Was ist passiert? Wer war noch hier? Wer ist das? Was geht da so deep in den Spawn rein? Was ist denn bei dem los? Alter, wer auch immer das ist. So ein Bastard. Junge, als ob da kein Bastard ist. Danke. Alter, man kann da durchschießen. Das Gas geht nicht kaputt, nein. Junge, geil. Nochmal. Das war traurig. Das war traurig, Alter. Das war traurig, Alter. Da, da, da. Junge, raus. Marco, was machst du denn? Er steht wieder hier in der... Hat er wieder geschrien? Nein, man... Aber wir haben auch Hilfe, glaub ich. Wir hatten sich eine KennyS-Engel gesandt. Die sind schon gedroppt. Das war einer schon gedroppt, oder? Oh mein Gott. Ja. Trendner, Alter. Das kippe ich jetzt ab, damit du deine Lektion lernst. Was? Willst du mich verarschen? Was? Sie werden dich nicht? Nee. Hell no. What the fuck? Nein. Aber das tut auch... Okay. 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 Okay.